Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, der Kollege Michael Höller und ich heute hier am Start. Die Saison 2020 ist gerade erst vor rum, aber wir blicken schon in die Zukunft nach 2021 und wir schauen uns mal an, was da so auf uns zukommt, weil wir wissen jetzt einen ersten Kalenderentwurf gibt, einen ersten provisorischen Kalender, aber wir haben zumindest, sagen wir mal, vorsichtige Zweifel, ob das alles so funktionieren kann, funktionieren wird. Zu den Grunddaten mal, also losgehen sollte die Saison 2021 mal mit den ersten Testfahrten von 19. bis 21. Februar in Sepang, der Sepang-Test ist klassisch der Auftakt nach der Winterpause, dann wird es auch einen zweiten Test geben, 10. bis 12. März in Katar und dann am 28. März soll es schon mit dem ersten Rennen in Katar losgehen. Dann sollten wir planmäßig 20 Rennen erleben, das sind im Grunde genommen die, die in dieser Saison auch geplant waren. Brünn-Tschechien-Grand Prix, der steht noch ein bisschen mit dem Fragezeichen drin, aber ich denke, da wird man sich auch einig werden. Also grundsätzlich 20 Grand Prix, wie wir es auch in dieser Saison geplant hätten, drei Alternativen, drei Ersatzstrecken quasi, hat man sich da schon zurechtgelegt, in weiser Voraussicht vielleicht. Das ist Portimaro, wo ja auch dieses Jahr schon gefahren wurde. Dann ist das der Mandelika-Circuit in Indonesien, der im Laufe des Jahres 2021 fertig werden soll, im Sommer voraussichtlich, im Herbst soll auch die Superbike in den Start gehen. Und dann ist das noch der Igora-Circuit in Russland, nähe von St. Petersburg. Also diese drei Ersatzstrecken haben wir dann noch zur Verfügung. Grundsätzliche Frage, glauben wir, dass das alles logistisch abwickelbar sein wird 2021? Wir haben diese Saison gesehen, in Europa geht es ganz gut, da kann man alles über den Landweg machen. Überseerinnen, Argentinien, Austin im April, Katar im März. Logistisch, eventuell ja, politisch glaube ich, aber nicht, um ehrlich zu sein. Also ich denke, der Saisonauftakt in Katar wird möglich sein, denn man sieht ja auch in der Formel 1 jetzt, Bachrein, Abu Dhabi, diese ganzen arabischen Staaten, da ist der Wille gegeben, dass man das alles so durchzieht. Die Dorner hat ja ihr Protokoll gut erarbeitet, das hat ja auch gehalten. Ich denke, damit kann man schon als Dorner hängen und sagen, hey, wir haben da ein sicheres Konzept, macht das mal. Gerade das Staat Katar ist ja, ja, für was Sport-Events betrifft, sehr, sehr hungrig und sehr gierig und die Scheichs finden das sicher sehr, sehr geil, wenn da tatsächlich der MotoGP-Auftakt bei ihnen stattfindet. Meine Bedenken habe ich vor allem aber, was Argentinien und Austin betrifft, jetzt rein logistisch schon schwierig, weil da wieder nur eine, wo ein paar Tage dazwischen sind. Back to back, das hat in der Vergangenheit schon nicht immer funktioniert. Wir erinnern uns daran, als da alle in Argentinien irgendwo festgesessen sind und teilweise erst am Donnerstag in der Nacht dann nach Austin kamen und acht Stunden später schon das erste Training bestreiten müssen. Die Europarinnen werden dann wieder halten, denke ich. Also das hat man ja, glaube ich, ganz gut gesehen. Und im Herbst hängt es dann halt davon ab, wie da diese Impfpläne durchgeführt wurden, welche Staaten dann nicht mehr so mit dieser Pandemie zu kämpfen haben, was dann davon tatsächlich durchführbar sein wird. Aber die Ersatzkandidaten hat man ja schon stehen. Portimao ist ja auf große Resonanz, sehr gute Resonanz gestoßen im Fahrerlager und bei den Fans. Ich denke, da kann es sicher noch die eine oder andere Rochade geben. Ob wir dann tatsächlich 20 Rennen sehen, auch wenn welche eingewechselt werden? Kritisch. Die große Frage ist natürlich auch, okay, ein Rennen kann logistisch machbar sein. Das heißt immer noch lange nicht, dass es auch stattfindet. Also das haben wir in dieser Saison auch gesehen. In Europa hätte man eigentlich überall fahren können. In Deutschland, in den Niederlanden, wo auch immer. Rennen haben dort aber nicht stattgefunden, weil die lokalen Promoter, die Veranstalter gesagt haben, wir dürfen keine Zuschauer reinlassen. Das ergibt für uns keinen Sinn, weil wir finanzieren uns über die Ticketeinnahmen. Das ist natürlich die große Frage. Werden wir 2021 Rennen vor Zuschauern oder vor vielen Zuschauern? Ein paar Tausend haben wir die Saison teilweise gesehen, je nach den Beschränkungen in den Ländern. Aber werden wir ein Rennen vor hunderttausend Zuschauern am Sachsenring wieder sehen? Das ist wahrscheinlich die große Frage, die entscheidend dafür sein könnte, ob wir einen Deutschland Grand Prix zum Beispiel wieder sehen 2021. Ja, kommt darauf an, wie die Dorner damit verfährt, dass sie trotzdem Gelder ausschütten ohne Einheim. Ich meine, die Dorner ist ein milliardenschwerer Konzern. Die können sich auch ein zweites Jahr leisten, um diese Marke MotoGP nicht zu verlieren. Aber klar ist, wenn ohne Zuschauern gefahren wird, dann muss von der Dorner was kommen. Also entweder gewinnere Gebühren oder einmal ein Aussetzen der Gebühren oder langfristigere, etwas billigere Verträge, damit man das über lange Zeit ausgleichen kann. Aber Fakt ist natürlich, am Red Bull Ring, dem Herrn Mateschitz wird es jetzt relativ egal sein, wenn da keine Zuschauer kommen. Am Sachsenring, wo man auch noch hin schon die letzten Jahre gekämpft hat oder auch in Brünn schwimmt man nicht unbedingt. Im Geld, da muss natürlich irgendeine Art von Lösung her, denn ich sehe es in Deutschland auch schwierig, dass man da vielleicht über die politische Schiene kommt. So wie es zum Beispiel in Jerez immer wieder der Fall ist. Die Stadtregierung steht ja da oder die andalusische Regionalregierung stehen ja da. Immer wieder hinter diesem Projekt schießen da was zu. Die deutsche Politik ist im Motorsport leider nicht ganz so gut gesonnen, haben wir in den letzten Jahren ja gesehen. Wird immer interessant. Also ich rechne nicht damit, wenn ich das jetzt so als Laie einschätzen kann, dass man vor dem Sommer irgendwie mit Zuschauern fahren kann. Also dass man da eigentlich Jerez vor 80.000 Leuten fährt. Anfang Mai, glaube ich, ist das Rennen da in April. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, muss ich gestehen. Es gibt auf jeden Fall also einige Rahmenbedingungen, die da mitspielen müssen, damit wir 2021 diesen vollen Kalender mit 20 Rennen sehen. Wir hoffen mal aufs Beste. Wir wünschen uns natürlich einen vollen Kalender mit vielen tollen Strecken und natürlich auch mit vielen Zuschauern vor Ort, wenn das Ganze möglich ist. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr glaubt, wie die Saison 2021 ablaufen wird, was da möglich sein wird. Sonst natürlich immer die Empfehlung, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Aber den Kanal natürlich abonnieren, gerne auch einen Daumen dalassen für das Video und natürlich die Glocke läuten, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Und ansonsten natürlich noch unsere Printausgabe aktuell hier mit Valentino Rossi am Cover. Wir sind auch gerade schon bei der neuen Ausgabe. Kommt jetzt darauf an, wie schnell der Oliver am Schneiden ist und sind vielleicht schon bei der nächsten Ausgabe mit dabei. Ansonsten natürlich auch unsere App für iOS und für Android Motorsportmagazin.com. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao und viel Spaß.